Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, die letzten Tage waren sehr turbulent. Also am 29. wurde ja GIMP 2.10 stabile Version veröffentlicht und ich habe da in den letzten paar Tagen einige Videos dazu gemacht und es war auch sehr anstrengend für mich ehrlich gesagt. Aber ich freue mich halt, dass ich auch hier ein paar Windows Nutzer begrüßen kann, die vielleicht eventuell GIMP jetzt weiter nutzen werden, anstatt irgendwelche Cracks von Photoshop oder viel Geld für Photoshop bezahlen und dementsprechend halt für ihr Hobby, dass sie vielleicht einfach nur ab und zu mal brauchen, eben einen Haufen Geld bezahlen oder wie auch immer. Und ja, GIMP 2.10 ist halt einfach ein tolles Programm geworden. Es ist ganz wunderbar, die Filter sind wesentlich besser und so weiter im Gegensatz zu 2.8 und sind auch noch viele andere Veränderungen dazu gekommen. Das habt ihr ja schon oder hat man nachlesen können im Internet. Ich möchte jetzt heute nicht allzu sehr anstrengend etwas machen hier, ein Tutorial machen, sondern auch ein Tutorial, das für Anfänger geeignet ist. Ich habe hier eine Vorlage gerichtet, die findet ihr in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt hier. Also so ein Mädchen im Weizen- oder Kornfeld oder wie auch immer man das sagen möchte, mit ein bisschen Sonne. Und das ist so ein klassisches Portrait im, ja wie sagt man, im Getreide sozusagen. Und da möchte ich einen Soft Dreamy Effekt machen. Also das ist ein Effekt, der in Photoshop Tutorials oft verwendet wird. Ich habe ihn genannt hier, traumhaft weicher Fotoeffekt und auf Deutsch und der ist natürlich auch für Anfänger geeignet. Gut, wir werden die Ebene hier erst einmal einmal duplizieren und ich schalte die untere Ebene aus. Jetzt werde ich erst einmal auf Farben gehen, Werte, beziehungsweise ich kann das natürlich auch über Farben automatisch Weißabgleich machen. Ja, wenn ich das mache und dann dementsprechend wird hier das Foto dann dementsprechend angepasst. Ja, also man kann es auch händisch machen oder wie gesagt automatisch. Automatisch gefällt mir hier am besten und deswegen lasse ich das einfach mal so. Nun werde ich die Ebene hier einmal duplizieren, stelle hier die Ebene auf den Modus auf weiche Kanten und gehe mal hier auf veraltet. Ja, warum veraltet? Weil mit dem Standard, mit dem neuen ist das ein bisschen schwierig. Das kann man dann ausprobieren. Da muss man aber hier mit der Ebenen Deckkraft und so weiter sich mehr befassen. Deshalb werde ich jetzt hier mal auf veraltet gehen. Ich werde auf Filter Weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner und natürlich bei einem traumhaften Effekt brauchen wir einen Weichzeichner. Schauen wir mal 5, vielleicht ist schon ganz gut. Wir können auch versuchen mal mit 10 zu arbeiten. Ist vielleicht ein bisschen viel. Also zwischen 5 und 10, wie wäre es mit 7? Entschuldigung. Und ich würde sagen, machen wir das mal mit 7 und rechte Maustaste nach unten vereinen. Was wir jetzt machen müssen, ist diese sogenannte Color Vibrance oder ja, Vibrance, also Leuchtkraft, Lebendigkeit muss man sagen. Nicht Leuchtkraft, sondern Lebendigkeit der Farben. Das geht über mehrere Wege. Ich werde jetzt hier die Ebene einmal duplizieren. Es gibt ein Plugin oder einen Filter, den man sich herunterladen kann. Den findet man über Color Vibrance.scm. Da kommt man zu diesem Filter über Google und dann kann man den herunterladen und kann sich den in seinen Skripto-Ordner hineinladen. Ich mache es mal händisch, wie schon so oft und seit 4 Jahren seitdem ich das mache, habe ich ja mit der Entwicklerversion keine vorgefertigten Filter nehmen können. Wir werden jetzt hier zerlegen in HSV. Ich habe auch einen Kommentar gekriegt, ich soll ein bisschen langsamer machen. Das werde ich mir zu Herzen nehmen, will das versuchen. Deshalb jetzt hier nochmal Farben zerlegen. Ja, Farbenkomponenten zerlegen und dann HSV-Fahrbereich oder Farbraum. Jetzt auf OK klicken. Jetzt wird hier dieses Foto in diesen HSV-Fahrbraum zerlegt. Wir bekommen drei Ebenen. Ich habe es nicht skaliert, merke ich gerade, also es hat 4000 irgendwas. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Wir haben hier Farbton-Sättigung und Wertebene. Wir brauchen die Sättigungsebene. Jetzt werden wir hier hingehen, rechte Maustaste, bearbeiten, kopieren oder bearbeiten, kopieren geht natürlich auch. Jetzt gehen wir hier zurück und jetzt wollen wir ja diese Ebene einfügen, aber nicht einfach so, sondern wir brauchen eine Ebenenmaske. Deshalb gehe ich hier hin, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, weiß, volle Deckkraft. Rechte Maustaste auf das Foto, bearbeiten und jetzt fügen wir das wieder ein, was wir kopiert haben. Und das wird jetzt hier eingefügt als schwebende Ebene oder schwebende Auswahl. Und da zeigt er auch hier unten Sättigungskopie, also von hier. Ja. Um jetzt dieses Color Vibrance, also Lebendigkeit der Farben weiter machen zu können, müssen wir erst einmal diese schwebende Ebene mit dem Ankersymbol in unserer Ebenenmaske, die wir soeben erstellt haben, verankern. Also schwebende Auswahl verankern. So. Jetzt können wir aber nicht auf der Ebenenmaske die Farben logischerweise verbessern oder settingen oder lebendiger machen, sondern wir müssen auf diese Fotoebene hier gehen. Farbensättigung. Und jetzt kann man sehen, wenn man hier anzieht, wie sich hier die Lebendigkeit der Farben anders darstellt. Ich werde einfach mal auf 1,5 gehen, das reicht mir schon. So. Rechte Maustaste nach unten vereinen. So. Jetzt werden wir mit einem Farbverlauf arbeiten. Jetzt dazu müssen wir diese Ebene hier einmal duplizieren und jetzt haben wir Möglichkeiten. Ich mache das mal zu hier. Änderung verwerfen. Ich mache das mal zu. Wir können über Werkzeuge, Geckel-Operation, Farbverlauf, also Gradient Map, können wir hier einen Farbverlauf ziehen. Wir können das aber, also wir können das so machen, ich werde jetzt hier mal diese Farbe nehmen. Das ist diese 9, C, 2, 5, E, 8. Das ging also über diese Geschichte so. Ich breche das mal ab. Oder ich kann hier händisch entzettigen und kann dann hier diese Farbe hineinbringen und kann über die rechte Maustaste oder über Farben abbilden, auf Farbverlauf das auch herstellen. Bearbeiten rückgängig und jetzt werde ich das hier nochmal bearbeiten rückgängig. Ich zeige es nochmal. Werkzeuge, Geckel-Operationen, Gradient Map, also Farbverlauf hier, okay, ja, und gut ist so. Also ist das geklärt. Jetzt werden wir hier unsere Ebene, gehen wir mal auf veraltet, ja, das ist wichtig hier, meine ich in dem Fall auf Bildschirmstellen und die Ebenen, Deckkraft mal auf 50%, ja, und man sieht, wie sich dann dementsprechend hier diese Geschichte anpasst. Rechte Maustaste, nach unten vereinen. Ich stelle das mal wieder standardmäßig ein hier, damit das alles seine Ordnung hat. Jetzt werden wir eine Vignettierung machen. Eine Vignettierung ist heute mit GIMP 2.10 relativ einfach zu machen, weil wir einen eigenen Vignettierungsfilter haben, der ist zu finden unter Filter, Licht und Schatten, Vignette. Hier gibt es viele Möglichkeiten der Einstellungen. Ich mache es mir einfach, ich nehme hier einen Wert von 1000 oder 1,800. Ihr seht, dann stellt sich die Vignettierung eben dementsprechend so da. Okay, jetzt werde ich mal hier ein bisschen das Foto ein bisschen kleiner machen. Ihr habt es gesehen, es ist riesengroß hier. Ich kann es mal zeigen. Bildeigenschaften 4.104 mal 2.736. Deswegen hat das alles so ein bisschen gedauert. Aber wir können jetzt sehen hier unser traumhaft weicher Fotoeffekt oder Soft Dreamy Effekt. Machen wir es mal hier. 34. So, nicht. Man sieht diese Andeutung des Traumhaften durch den Weichzeichner und durch die Veränderung der Farben über diese Farbverläufe und so weiter. Jetzt kann man noch verbessern hier über Unscherfmaskieren. Beispielsweise können wir jetzt den lokalen Kontrast verbessern. Lokaler Kontrast können wir verbessern, indem wir hingehen, nehmen hier unten bei der Skalierung einen Wert von 0,100 und hier oben haben. Bei der Standardabweichung einen Wert von 300 und dann kommt hier noch so ein bisschen mehr lokaler Kontrast hinein. Dann können wir noch hier noch ein bisschen verbessern, insgesamt schärfen. Das ist mir zu scharf. Also gehe ich hierhin, gehe hier mal auf 0,850 und hier unten auch auf 0,850 und das reicht mir dann schon. Und das kann ich dann im Bedarfsfall nochmal wiederholen und das wäre es dann eigentlich schon gewesen. Sonst wird es hier zu viel. Die Kanten werden zu stark und zu scharf. Vielleicht nehme ich das sogar wieder zurück, das eine Mal. So, und dann wären wir fertig. Ja, Soft Dreamy Effekt mit GIMP 2.10. In Photoshop werdet ihr diese Effekte häufig finden. Natürlich meistens in den englischsprachigen Photoshop Kanälen, aber die sind mit Photoshop nicht besser herzustellen als mit GIMP 2.10. Ich werde das jetzt hier noch so ein bisschen zuschneiden oder gleich kann ich das noch zeigen hier für die Neuen, die hier hergefunden haben und sich noch nicht so gut auskennen. Jetzt werden wir erst einmal nochmal Bild skalieren und dann müssen wir schauen, dass hier die Kette geschlossen ist, damit es auch proportional skaliert wird. 1920 x 1280 und dann kann ich das hier noch so ein bisschen zuschneiden, dass ich sage, okay, ich möchte erst einmal das wieder ins Fenster einpassen, gehe mal hier auf 67% hier, dass ich das so ein bisschen Kanten habe, hier einen Rahmen habe. Dann nehme ich hier dieses Zuschneiderwerkzeug hier und jetzt habe ich hier die Werte, die Daten und ich möchte 1920 x 1080 haben. Ihr seht, das ist die Größe, die ich brauche, für zum Deckplatz zu machen und dann werde ich das vielleicht auch noch so ein bisschen vermitteln und dann wieder einpassen und dann hätten wir den Unterschied nochmal hier zu sehen. Original und dann dieser traumhaft weicher Fotoeffekt oder Soft Dreamy Effekt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, schreibt mir doch einen Kommentar. Vielleicht möchtet ihr auch meine Videos auf, ja, in Foren teilen oder auf Seitenteilen zum Besprechen. Das würde mich sehr freuen und ich habe schon seit zwei Jahren oder was, habe ich einen Patreon-Account. Wenn ihr unten aufklappt, die Beschreibung kommt ja ganz unten auf den Patreon-Account. Den habe ich nicht besonders gepflegt, aber wer mir da ein bisschen was hinterlassen möchte, der kann das gerne tun auf einem Video. Ich freue mich natürlich darüber und ja, herzlichen Dank fürs Schauen. Achso, muss ich noch sagen, wie immer für die neuen Menschen, die hierher gefunden haben. Gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Ja, herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.